Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr einen versteckten Eingang bauen könnt. Übrigens in der Welt hier baue ich immer die Tutorials vor, bevor ich die dann in der Halle nachbaue. Also wir gehen jetzt als erstes hin und bauen hier auf dem Boden einen Sticky Piston oder einen in der Luft schwebend. An diesen Piston lassen wir einen Observerrand zeigen und dann gehen wir hier her und die Blöcke zerstören wir dann wieder und bauen hier auch einen Piston drauf. Hier bauen wir noch einen Block ran, gehen einen nach vorne, einen nach oben, bauen den unteren wieder weg. Dann brauchen wir hier einen Block dran und hier vorne noch drei Blöcke. Drei. Dann gehen wir hin und legen hier und hier Redstone drauf. Hier vorne bauen wir zwei Repeater hin. Hier auch hier oben und tun diesen aber um einen Tick verzögern. Dann gehen wir hierher und bauen hier einen Sandstein ran. An diesen Sandstein Block bauen wir noch einen Sticky Piston ran. Dann gehen wir zwei Blöcke nach vorne und bauen dort halt diesen Redstone Block hin. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Und zwar fehlt jetzt noch hier unten ein Redstone Block, worauf wir noch mal einen Redstone drauflegen. Somit ist das ganze System quasi scharf gestellt bzw. aktiviert. Wir können jetzt hier noch mal eins vorgehen und hier oben quasi, wo dann das Signal ankommt, probeweise einfach mal eine Redstone Lampe hin platzieren. Das ist egal, es muss keine Redstone Lampe sein. Wenn ihr dann zum Beispiel einen Eingang da irgendwie aufgehen lassen wollt, könnt ihr dann von hier aus das Signal abgreifen. Wir gehen also jetzt noch mal hierher und bauen jetzt rundherum noch mal Wiese. Und dann ist das System auch schon fertig. Müssen wir jetzt nur noch mal den Block hier weg machen. Und wenn ihr jetzt also den versteckten Eingang aktivieren wollt, müsst ihr hier nur mit der Hake auf den Block klicken, rechts klicken. Dann entsteht Farmland quasi. Das bemerkt der Observer und aktiviert die ganze Maschinerie. Dann sendet es halt hier unten. An der Redstone Lampe sieht man, kommt dann ein Signal an. Und das könnt ihr halt nutzen, um eure Türe aufgehen oder zugehen zu lassen. So Leute, das war es wieder mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Checkt auch unbedingt die Links in der Videobeschreibung ab. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin Leute. Ciao. So Leute, das war es wieder mit dem To- Bist du da mal ruhig?